recht herzlich willkommen zur 67 folge von stelares ja wir sind ja wieder im spiel haben letztes mal glaube ich hier das konstruktionsschiff hingeschickt zum bauen einer forschungsstation gehen wir mal rein ja die frage wo bauen die das einfach hier und da und dort oder was naja sieht so aus gut gehen wir mal hier nach unserem raum aufgucken der weine necker oder er sieht so aus kolonieschiff wird da gebaut hier kann man zerstörer schon bauen oder sehe ich das tatsächlich was können wir noch mehr machen zerstörer werft oder die sind schon da die schon da so nah hat der netzwerk ist auch schon da oder nee das war nicht da ja macht das alles weg was haben wir hier observatorium und ein projekte verteidung und was ist hier nichts erstmal keine schiffe im orbit details trefferpunkte schilder panzerung unterhalt baukosten stations modifikator ist obwohl zerstörer werft kann man da bauen ach dann werden die schneller und kann man ja auch so was war das kosten 75 energie credits plus drei gibt das lass uns mal das so machen schauen wir weiter so dann lassen wir das leer das lehrtaste drücken damit das spiel auch weiter läuft hier haben wir eine flotte von uns oder auch zwei was passiert hier ok wissenschaftler ist vor ort wissenschaftlerfähigkeit fünf oder höher allein vorher schon naja das passt dann nicht ne oder das haben wir auch nicht bergbordrohnenanalyse die allen exemplare beschaffen hierzu das ist da kein grenzzugang für dieses projekt wo ist denn das ok das ist in der nähe aber nicht bei uns tja was ist hier da kann man nichts bauen hier ne bringen wir uns auch nicht weiter dann hier wäre noch eine welt zum anderes reich ist das wenn wir das wollen ne ich glaube das ist der kleine politner ok aber wir sind doch am kolonischiff bauen ja wo wollen wir dann noch kolonisieren ne das müssen wir dann mal gucken wo das ist ist das hier noch frei und mal kein null prozent ist klar hier so andere reier können wir da was bauen gute frage ne hier ist auch noch einer an der grenze achso jetzt verstehe ich was ich falsch mache ne das kolonie konstruktionsschiff müsste ich nehmen und dann das würde nämlich dann gehen und dann wird das hier unten wahrscheinlich auch gehen ne erst mal das konstruktionsschiff auswählen und dann hier bergbaustation morgen geht nicht dieser himmelskörper der klasse planet liegt außerhalb unserer ganzen ist ja auch komisch ne ja das dürfen dann auch wieder nicht mehr oder konstruktionsschiff ausgewählt hier wären vier stück wäre richtig gut hier zu bauen ne liegt bei den anderen leuten wieder mal ne obwohl das sieht nicht so aus aber ist so da haben wir schon was gebaut hier wäre interessant weil da eine grantium erz ist oder so ähnlich können wir da was bauen aber jetzt schicke ich das da auch noch hin holte ich gar nicht ne ich wollte nur wissen ob ich hier was bauen kann außenposten bauen da sind wir wieder die glackmeyer wahrscheinlich naja wie immer auch von jemand anders kontrolliert auch schön ich glaube unser konstruktionsschiff ist sonst wo unterwegs wer ist hier los neue stufe erreicht 24 sterne wir brauchen noch einen mehr wahrscheinlich ja gute frage was hier geht oder nicht geht ne auch nix da dürfen wir auch nicht hinfliegen ne das ist alles für andere nur nicht für uns traurig aber wahr jetzt breiten die sich hier auch noch aus da dürfen wir auch nicht hin wie man schon gerade gesehen hat was ist das ja reitera asara star empire gibt es da da und da und wir sind mittendrin ja das ist ja auch so ein ding ne so unser reich oder was haben wir jetzt hier finden ingenieur forschung ist beendet was schon auswählen kristalle kann man abbauen sehr interessant ok plastik stahl materialien ok fusionsraketen machen wir mal ne da ist auch keine forschung sehr interessant und dass das passiert muss gerade auch passiert sein oder ja gut blauer laser speicherkapaziert energie credits plus 2 ok das wäre jetzt nicht so interessant hm ja ja irgendwas müssen wir machen machen wir das gut läuft ne oder auch nicht ja was haben wir dann zu tun noch das ist unser konstruktionsschiff ja wo fliegt das hin sieht man nicht auch gut ne hier wäre es interessant was zu konstruieren da geht es hin jetzt gut dann haben die was definitiv zu tun rauschung schiff wo ist das das ist hier und da haben wir einen falschen forscher drauf ein forscher mit zwei stern wir bräuchten aber einen forscher mit fünf stern oder wissenschaftler kann man da irgendwas nein kann man gar nichts die sind so schlecht gut ja wie werden die besser ist die frage ne ja ja gehe da nochmal hin das forschungsschiff bitte auswählen und dann einen planeten auswählen und erkunden ok alles toll stufe 3 forschungsschiff fliegt jetzt hier hin bringt es das verbündete flotten ordnungsschiff kann also auch hier hinfliegen nö da hin nö dorthin ja genau ist aber schon im endeffekt erforscht ne hier wäre noch nicht erforscht aber da dürfen wir nicht hinfliegen da auch nicht da auch nicht da auch nicht da dürfen wir hinfliegen bringt uns aber nicht viel obwohl 15 wow hier wäre schon mal was interessantes zu bauen ne ist nicht unser bereich ja dann nicht ne weiß ich auch nicht irgendwie sind wir die gelackmiert wahrscheinlich ne bringt uns auch nix so ne galaxiekarte war schon richtig nochmal raus so ne achso das ist schon anders reich dann das hier ist wohl eher nix so das würde bedeuten wir müssten mal gucken wie wir die hier anpacken und loswerden ne ok ok auch hallesche demokratie nicht auspackt grenzen mit ok nicht angriffsversprechen schließen grenzen grenzen schließen grenzen schließen bringt's das mhm 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 erklären wir das einzigste dann müssen wir mal gucken dass wir hier vorankommen in neckar mit unserer flotte dass wir da definitiv viermal raumhafen kriegen der ordentlich ist kolonieschiff forschungsschiff konstruktionsschiff zerstörer corvette hier schon fertig oder was zerstörer werft tatsächlich soll er kognitzt werden auch noch und dann gute frage also nur korvettenwerft bauen das ist ja schon durch und dann raumhafenverbesserung aber nicht mehr ist schon stufe vier oder geht nicht mehr oder stufe fünf ist schon top ja würde ich sagen haben wir es aber erst ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss